Hi Leute, ich möchte euch heute ein kleines Update zu den Veränderungen in der Sonne geben. Veränderungen, über die ich bereits in früheren Videos berichtet habe. Vor allem Veränderungen in der Größe der Sonne. Achtet auf die Größe der Sonne. Die echte Sonne sieht man nur, wenn man die künstliche Sonne, die sich vor der echten Sonne befindet, abdeckt. Zum Beispiel mit einem kleinen Schlüssel. Die künstliche Sonne kann auch von einem schmalen Fahnenmast abgedeckt werden. Wie ihr es hier in den Aufnahmen einer amerikanischen Wetterkamera seht. Denn die künstliche Sonne ist in Wirklichkeit winzig. Aber sie kann einen sehr großen Schein erzeugen. Sodass es so aussieht, als würde man die echte, viel größere Sonne sehen. Wir müssen von einer künstlichen Sonne sprechen. Denn die echte Sonne ist niemals so winzig, wie man auf den Aufnahmen hier auch sieht. Rechts die Sonne aufgenommen von einer Wetterkamera in Alaska. Links in dem kleinen Bild zum Vergleich. Die echte Sonne aus früheren Tagen. Ich lasse euch mit den Bildern allein. Sie sprechen für sich. Dies sind die Zeichen der Endzeit, von der die Bibel spricht. Es werden Zeichen am Himmel sein, in der Sonne, im Mond und in den Sternen, bevor das Ende der Zeit ist. Jesus sagte, betet allzeit, damit ihr würdig befunden werdet und all dem entkommen könnt, was auf die Welt zukommt. Denn es wird eine große Trübsal kommen und der Zorn Gottes wird ausgeschüttet, über die Gottlosen. Jesus wird seine getreuen Nachfolger aber vor dieser Drangsalzeit, dem Endgericht Gottes, von der Erde retten. Sie werden dem entkommen, was auf die Welt zukommt. Bekehrt euch daher zu Jesus. Dies ist die einzige Rettung vor dem Untergang. Denn er ist der Einzige, der unsere Sünden mit seinem unschuldig vergossenen Blut abwaschen kann. Jeder, der sich nicht von Jesus reinwaschen lässt, wird in seinen Sünden vor Gott stehen und verloren gehen. Was ihr tun müsst, um von Jesus gerettet zu werden, lest ihr am Ende des Videos, also hier gleich anschließend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017